hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal der vorlagen explorer den wir uns heute ansehen ist eine sehr wichtige und nützliche funktion im sql server management studio und ist auch eine große unterstützung in der täglichen arbeit mit dem sql server bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer im bereich business intelligence anbieten zu können und bedanke mich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los wenn ich über den sql server spreche kommt häufig die frage warum es keine vorgefertigten standard abfragen gibt die man einfach und wiederholend verwenden kann dann wäre ja alles viel einfacher und erspare das mühsame schreiben von sql abfragen das erinnert mich etwas an den spruch geht es so leicht ist es definitiv falsch in diesem fall handelt es sich tatsächlich um eine ausnahme dieser alten weisheit aus der schule sehen wir uns das jetzt meskel management studio näher an zunächst blenden wir nun diese option von diesem sql vorlagen explorer ein dazu wählen wir im menü ansicht denn template explorer dann erscheint dieses menü auf der rechten seite und habe darin grundsätzlich die unterscheidung von standard templates für den sql server aber auch für den analysis service sehen wir uns nun dass am sql server und zwar gibt es nun eine reihe von standard abfragen die klassifiziert sind nach themenbereich beispielsweise gibt es in diesem fall im bereich backup drei existierende templates mit denen ich mit einem doppelklick diese abfrage öffnen kann diese standard abfrage und habe nun die möglichkeit diese zu konfigurieren und auszuführen und erspare mir das nachsehen von syntax und formatierung darüber hinaus gibt es auch nun eine ganz nette funktion vom management studio dass ich nun auch diese vorlage parametrisieren dazu gehe ich wiederum ins menü und wähle abfragen und nun gibt es diesen bereich specify values for template parameters oder auch mit control shift m ich wähle das aus und kann nun entsprechend für diesen parameter der diese vorlage beinhaltet einen entsprechenden value mit dieser eingabemaske vergeben und kann so diese vorlage entsprechend konfigurieren das erspart natürlich viel zeit und ermöglicht ein viel schnelleres eingreifen in diesen themenbereichen nun gibt es einerseits die möglichkeit auf standard templates zurückzugreifen es gibt aber auch die möglichkeit ein neues und für sich individuelles template anzulegen dazu kann ich mit einen rechtsklick und neu einen ordner anlegen diesen kann ich bereits in den existierenden oder auch in einen etwas höher liegen bereich erstellen dazu muss ich am knoten neuen ordner erstellen und habe dann die möglichkeit meine sql abfragen einen entsprechenden ordner anzulegen und kann dann wiederum ein neues template für eine einfache abfrage beispielsweise der umsatz auswertung und kann diese nun entsprechend editieren indem ich auf edit gehe und wähle nun meine gewünschte sql standard abfrage in diesem fall möchte ich die umsatzwerte umsatz auswertung haben und gebe nun an select from sales und der umsatz befindet sich in diesem fall sales order detail und habe so die möglichkeit diese standard abfrage nur zu speichern und kann nun in zukunft auf diese standard abfrage mit einem doppelklick diese öffnen und einfach ausführen wie ihr seht können mit diesen sql abfragen diese standard templates noch viel mehr an effizienz in der arbeit mit der datenbank erzielt werden und falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach ein kommentar ich werde versuchen euch zu antworten wir sehen uns im nächsten video bis dahin viel erfolg danke für die aufmerksamkeit